So, dann gleich zum Gegenschlag auszuholen. Oh, was haben wir hier? Oh, die Kanonengießerei. Das könnte echt wehtun. Verfestigung ausgewandt. Neuer Ausbau. Neuer Ausbau. Neuer Ausbau. Neuer Ausbau. Da kommt die Armee, die ich nicht sehen will. Ich hätte gleich wahrscheinlich auch den Befestigungsausbau. Ich gehe jetzt zurück mit drei Punkten. Ihr werdet von feindlichen Truppen angegriffen. Ich gehe jetzt zurück. Ich gehe jetzt zurück. Ich gehe jetzt zurück. So, das ist das erste, was ich schon mal gerne gehabt hätte. Ja, danke. Ganz ehrlich, bessere Verpflegung. Wir brauchen dringend mehr Gold. Ja, danke. Ja, danke. Vielleicht habe ich ihn jetzt wirklich dazu gekriegt, dass er sich verausgabt. Ja, danke. Ja, danke. Ja, danke. Na, danke. Ja, danke. Ja, danke. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, Zeit ist noch. Den Standartenträger brauche ich unbedingt, um meine Siegchancen zu erhöhen. Achso, das ist ja gar kein Territorium, das ist ja die Handelsgilde. Und hier ist auch alles unfruchtbar. Weil das kostet ja auch Gold, oder? Ja, das ist dann viel zu teuer. So, das war der erste Standartenträger. So, das war's. Amen. Ja, hauptsächlich Gold und Waffen fehlen gerade. Naja, wenn wir den Posten hier einnehmen, dann haben wir genug Ackerland hier. Auf einmal. Weil ich gucke auch die ganze Zeit auf die Handelskarte, aber es gibt gerade kein Ding, was wir nutzen können, um schnell an Weizen zu kommen. So, die Händler-Gelde wird errichtet, das ist gut. Hier tut sich nicht viel, das ist auch gut. Gut, Händler-Gelde ist errichtet. Geoloke. 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 Untertitelung. BR 2018 Okay, er fängt wieder an Armeen auszuwählen, das heißt wir müssen bald zuschlagen. Aber unsere Trocken kommen ja schon.